Wir wurden Dritter, die Eintracht Erster und ich habe gar nicht so schlecht gespielt, glaube ich, dass die Eintrachter auf mich zukamen. Wie früher, oder? Drüber, hier, komm, müssen wir alle rüber hier. Zack, zack, zack. Was? Ich habe extra ihn genommen. Also eins zum drei, es läuft mir nicht so gut. Auch wenn ich sehe, wie die Tore gefeiert wurden, das ist schon große Klasse. Macht da weiter. Im Idealfall können wir irgendwann mal beide den Titel im Römerfeil. Guter Eintrachtler, mein Name ist Niko Arnautis, Trainer der Frauen und wir sind hier in Bockenheim, wo ich auch wohne. Ich nehme euch aber jetzt erst mal mit, wo alles angefangen hat und ich mein Fußballspielen als erstes begonnen habe, nehme ich nach Hattersheim. Ja, schon trotzdem ein heimisches Gefühl, wenn ich hierher komme. Also, das kenne ich auch noch ein paar Jungs oder ein paar Leute von früher. Wir hatten hier auch mal in der E-Jugend, das waren 1989, als Turnierveranstalter, ein Riesenturnier, 78 Teams. Wir wurden damals Dritter. Hier waren auf allen drei Plätzen, auf Kleinfeld logischerweise, und dann war da drüben noch eine Wiese und das war auch noch ein Feld. Also, das ging auch mal so, weil da auch eine Gruppe gespielt hat. Wir wurden Dritter, die Eintracht Erster und ich habe gar nicht so schlecht gespielt, glaube ich, dass die Eintracht auf mich zukam, beziehungsweise auf meinen Vater und gefragt hatten, ja, wie wäre es denn, wenn der Sohn auch zu uns kommt. Und ja, ich war hier so eng verbunden und wollte eigentlich bei meinen Jungs bleiben, bei meinen Freunden bleiben. Deswegen hat sich das nicht ergeben. Was war Nico Arnautis für ein Spielertyp? Ja, ist immer schwierig, wenn ich mich selbst beschreibe. Aber was die Trainer immer zu mir gesagt haben, war, dass ich technisch sehr stark war, dass ich strategisch sehr gut war und ich habe ja überwiegend auch im zentralen Mittelfeld gespielt. Also, ich konnte schon so dem Spiel meinen Stempel aufdrücken. Was mir halt auch viele gesagt haben, war halt, ich soll mal ein bisschen mehr Krafttraining machen. Das war, wo ich mich, ja, nicht so gerne aufgehalten habe, was ich jetzt auch anders hätte machen wollen, weil ich halt derjenige war, der einfach kicken wollte. Ich wollte kicken und das war auch das, was ich hier in Hattersheim von morgens bis abends gemacht habe. Du hast ja Landesliga gekickt bei Rot-Ars Frankfurt unter Liederbach, dann FSV Frankfurt auch gespielt. Du hast sogar ein Angebot von der zweiten griechischen Liga gehabt. Ja, ja. Wie konntest du das ausschlagen? Ja, ich bin also erstmal hier. Wir sind damals aufgestiegen bis in die Oberliga und dann war es als 18-Jähriger so, dass ich mitten im Abitur, also ich kam in die 13. Klasse, in Griechenland auch trainiert hatte bei uns, also Heimatstadt meiner Eltern. Und der Verein hätte mich auch gerne haben, also genommen. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich einfach hier mein Abi machen wollte und ich war halt immer so einer, so typisch griechisch früher, auch wenn ich vieles deutsches Blut in mir auch habe, gerade in Frankfurt auch, weil ich da geboren bin, war es halt so, dass ich gedacht habe, ja okay, jetzt mache ich nix. So ein bisschen aufgeschoben, aber dazu kam es dann nicht. Und im Endeffekt glaube ich, habe ich mich trotzdem richtig entschieden, auch wenn es mit Sicherheit eine tolle Erfahrung gewesen wäre, weil ich hier den Weg, den ich dann hier gegangen bin, auch jetzt im Nachhinein gerne wieder nochmal gegangen wäre. Also ich bereue gar nichts. Den Weg ist auch so ein Stichwort. Warst du schon früher als Spieler auch so ein Typ, der als Trainer gedacht hat, viele sagen das ja, ich habe als Spieler schon so ein bisschen, was kann man verbessern, Taktik und so weiter. Warst du auch so einer, der schon früher ein bisschen weiter gedacht hat als jetzt der normale U-Spieler? Also ich kann nur sagen, ich war 28 und dann hatte ich Jürgen Menger, der war selbst Profi in Freiburg. Und das war ganz interessant, weil er mir damals gesagt hat, dass ich später Trainer werde. Und da war ich schon, wie gesagt, Ende 20. Und dann habe ich ihn angeguckt, da habe ich gemeint, nee, das hatte ich jetzt gar nicht vor, wie er darauf komme. Und dann hat er gesagt, ja, also wenn ich die Spiele sehe, du spielst wie ein Trainer. Also du denkst wie ein Trainer auf dem Platz. Und ja, am Ende hat er, glaube ich, recht gehabt. Aber es ist mir, ich habe einfach gespielt. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, ob ich jetzt Trainer werden möchte oder so spiele wie ein Trainer. Sondern ich habe einfach so gespielt, wie ich mich gefühlt habe. Und am Ende hatten die Leute dann wohl recht, weil wenn ich jetzt rückblickend mich daran erinnere, wie ich gespielt habe, ist schon sehr vieles so gewesen, wie sie es gesagt haben. Wie früher, oder? Drüber. Hier, komm, müssen wir alle rüber hier. Zack, zack, zack. Und dann die Hose aufgerissen. Ja, genau. Oder vom Zaun gefallen. Das ist auch immer ganz gut. Wir fahren jetzt mal zur Grundschule, wo wir von morgens bis abends uns, ja, duelliert haben. Da haben wir gekickt den ganzen Tag eigentlich, bis es dunkel wurde. Und das war logischerweise auf Beton. Aber das gucken wir uns mal gleich an hier. Hier haben wir halt gekickt. Von morgens bis abends. Von morgens bis abends. Also wie gesagt, entweder Sportplatz hier oder auf dem Bolzplatz, wo ich gewohnt habe. Bist du überhaupt nach Hause gegangen? Nach der Schule oder einfach hier geblieben? Ja, kam drauf an. Ich bin oft nach Hause ranzen, kurz was gegessen, dann hergekommen. Wie war Nico Arnautis in der Schule? In der Grundschule war ich relativ okay. Dann in der Mittelstufe war ich auch ganz, ganz ordentlich, sage ich mal. Ich habe erst die Realschule gemacht. Aber für mich war klar, ich mache Abi. Dann bin ich in die Oberstufe gekommen und in der 11. Klasse habe ich dann so viel gemacht, dass es reicht. Bestes Fach? Boah, ja klar, Sport natürlich. Ja, aber auch Mathe und Geschichte. Also das waren dann auch meine zwei Leistungskurse. Schlechtestes Fach? Oder das, was du am meisten gehasst hast? Physik war erst mal sehr schwer in der 11. Klasse, da hatte ich einen Punkt. Und ich fand in der 11. Klasse auch Französisch ziemlich schwer mit der Grammatik, muss ich sagen. Also ich glaube, ich habe da vier mal fünf Punkte geschrieben. Reicht ausreichend. Ja, Abi hat gelangt, ja. Du hast ja Sportwissenschaft studiert an der Goethe-Uni und wolltest eigentlich promovieren, ne? Ja. Da gibt es eine ziemlich witzige Geschichte dazu, dass du da im Büro sitzt. Erzähl dir mal. Ja, ich war bei meinem ehemaligen Dozenten dann, Uli Frick, wollte promovieren, war auch alles klar. Und dann hat sein Bürotelefon geklingelt. Er ist angegangen und dann hat er mir irgendwann den Hörer überreicht. Da war ich ganz überrascht, weil ich gedacht habe, okay, wer ruft mich in sein Büro an? Dann war es der Hessische Fußballverband und dann habe ich gesagt, ja, um was geht's? Ja, wir suchen eine Person, die das Mädchenprojekt an der Karl-von-Weinberg-Schule für ein Jahr übernimmt, weil die Frau, die es gemacht hatte, schwanger ist. Da habe ich erst mal, ja, gesagt, okay, ich brauche mal einen kurzen Augenblick. Ich melde mich später. Da habe ich mit Uli Frick gesprochen, da hat er gesagt, du Junge, mach das doch, schaust dir an und dann gucken wir mal weiter. Promovieren können wir auch nächstes Jahr. Ja, und dann bin ich in der Schule gelandet, habe es mir angeguckt und habe gesagt, okay, mache ich. Ja, und das Ende ist ja jetzt bekannt. Das hat mir so sehr gefallen, dass ich da geblieben bin, habe dort meine unbefristete Stelle auch an der Schule und darüber hinaus haben wir das Projekt dann so nach vorne gebracht, dass es auch mit den Vereinen dann verbunden war in Kooperation. Und das Ende ist jetzt so, wie es ist, dass ich jetzt Trainer bei der Eintracht bin und dann auch das Schulprojekt noch leite. Von daher war das auch eine super Entscheidung. Und promovieren kann ich ja immer noch. Ja, wir kommen jetzt in mein altes Zuhause sozusagen. Hier vorne, das war unsere Kneipe, früher das Why Not. Die hat euch gehört? Die hat uns gehört über, ich glaube, zwölf Jahre. Und hier im Hof habe ich auch nur gekickt. Ich habe selber mir vorgestellt, ich bin jetzt die Mannschaft, spiele gegen die, habe Turniere gespielt, der Klassiker. Und hatte natürlich nach dem Turniersieg zahlreiche Angebote. Ja, da wir jetzt einige Eindrücke gewinnen konnten, wo und wie ich ungefähr aufgewachsen bin, fahren wir jetzt einfach mal wieder in die Stadt und treffen auch meinen Bruder. Deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt ins Café. Cappuccino, flat white. Wenn du ihm jetzt einen Fremden beschreiben müsstest, was der Nico so für den Typ ist, was würdest du dir mehr sagen? Uh, da könnte ich einen langen Text erzählen, aber… Pass genau auf. Ich nehme es mal als Metapher, wenn man hier eine Wand nimmt, der wird irgendwie da durchkommen, ohne dass die Wand kaputt geht. Also er schadet keinem, aber er versucht trotzdem irgendwie an sein Ziel zu kommen mit allen Ressourcen, die er hat. Welche Eigenschaft liebst du an uns? Ja, diese Zielstrebigkeit, diesen absoluten Fokus, irgendwie eine Lösung zu finden, damit man da hinkommt. Welche magst du nicht? Dass er mir damit manchmal um den Keks geht. Also Jungs, jetzt wollen wir mal gucken, wie gut ihr euch wirklich kennt. Wer schläft länger? Bingo. Perfekt. Weil er nicht so lange schlägt. Nee, aber er schläft ja nicht. So geht es so gut. Wer hat im Training früher mehr Tore geschossen? Das ist leider falsch. Was? Ha! Echt jetzt? Du hast im Training mehr Tore geschossen? Ich habe nie Training gespielt, da war es vielleicht einfacher. Wer ist emotionaler? Oh, das ist schwierig. Boah. Für eine Seite müsst ihr euch entscheiden. Nein. Falsch. Was? Ich habe extra ihn genommen. Nicht extra ihn. Also 1 zum 3, das läuft mir nicht so gut. Wer war in der Jugend das größere Talent? Korrekt. 2. Gut, 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 gut. Musst du eingestellt. Ich habe mich bezahlt. Kostet mich, aber okay. Wer trinkt mehr Kaffee? Boah. Es gab so und so Phasen. Falsch. Ich wusste. Wer braucht länger vor dem Spiegel? Schöne Lügenbarone sind mir hier. Wer von euch ist aktiver auf Instagram? Richtig. Wer von euch würde einen 10km Lauf schneller absolvieren? Richtig. Wer von euch ernährt sich gesünder? Was? Ich esse öfter mal vegetarisch als du. Also jetzt mal ganz ehrlich, er achtet, aber er hat Phasen, da achtet er auf gar nichts. Und wenn wir den Schnitt nehmen, ganz klar. Wer legt denn den Schnitt fest? Ganz klar. Wer ist mehr Taktik-Fuchs? Stell dir vor, ich sag jetzt was anderes als Cheftrainer. Das geht gar nicht. Also, auf jetzt. Korrekt. Ja. 5 von 10. Er macht weiter. Er macht weiter. Kleiner, vamos. Zeit ist rum. Auf geht's. Training. Training ruft. Ich erinnere mich noch, als ich so als kleiner Junge, wenn wir in der E-Jugend oder D-Jugend hatten wir teilweise, weiß ich nicht mehr genau, aber so um 10, 11 Uhr die Spiele. Und dann bin ich nah am Spiel nach Hause gerannt, damit ich es noch pünktlich schaffe. Dass ich dann mit meinem Papa damals, er ist leider verstorben vor 13,5 Jahren, da sind wir immer ins Stadion gefahren und einmal hatte ich es, weiß ich noch, nicht geschafft, pünktlich zu sein. Ja. Ich habe geheult. Ich habe nur geheult den ganzen Tag, weil die waren dann halt schon weg, die konnten ja nicht mehr warten. Ja. Das war ganz schlimm für mich. Also die Eintracht war schon von klein auf, ja, schon mein Favorit. Und ich weiß noch, als ich dann mal den ersten Eintracht-Ball bekommen habe, von allen unterschrieben, dann wollte ich erst mit dem nicht spielen, weil die Unterschriften ja weggehen. Irgendwann habe ich dann doch mit dem Ball auch gekickt. So, dann packen wir es mal, ne? Gute, ihr habt sie heute Morgen gesehen, was haben sie für einen Eindruck gemacht? Also alle gut, man musste eher bremsen. Die einzige, die was von einem Ganzkörpermuskelkader erzählt hat, ist… Ganzkörpermuskelkader, Shakira Martinez. Alle anderen, stabil, fit und selbst mit dem Oberschenkel, alles halb so weit. Schließ mal den Kreis. Dunst, komm, erzähl dir zu viel heute. Und was auch schön war, Mädels, kann ich auch nochmal sagen, das ist im Trainerteam auch, ja, wird sehr, sehr wohlwollend auch aufgenommen. Untereinander ist es wirklich hervorragend, wie ihr euch da unterstützt. Ja, auch von außen nach innen. Auch wenn ich sehe, wie die Tore gefeiert wurden. Das ist schon große Klasse. Mach da weiter, weil das wird am Ende auch einen Ausschlag geben, was für ein Team du bist. Wenn es hart auf hart kommt, wisst ihr immer, das bessere Team gewinnt dann auch. Niko, bevor du die zweite Mannschaft hier beim FC übernommen hast, warst du ja auch im Riederwald. Wie war die Zeit damals für dich? Ja, sehr schön. Also die war sehr interessant, für mich sehr spannend auch. Ich habe vieles gelernt. Ich habe auch da mit sehr tollen Leuten zusammengearbeitet, wo man sich gegenseitig auch wirklich befruchtet hat. Und das war für mich eine sehr, sehr lehrreiche und tolle Zeit. Und wir hatten ja auch ein paar Highlights. Also nicht nur im Liga-Betrieb, sondern auch. Wir waren ja in Dallas, damals mit Uwe Bindewald. Wir waren auch im Finale im U17-Turnier. War wirklich eine grandiose Zeit. Diese zehn Tage waren auch sehr, sehr schön. Und auch erfolgreich sportlich. Wie viel hast du denn von dem mitgenommen? Hi Junge. Botschaft vom Binde an Niko. Fällt mir da was ein? Ja, mach einfach weiter so Junge. Bleib so wie du bist. Ich denke, man sieht deine Handschrift bei den Mädels auch. Und ihr habt einen riesen Erfolg. Und das spiegelt das, was ich von dir kenne, einfach wieder. Und mach einfach weiter so. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Und das allerwichtigste ist, bleib so wie ich bin. Und dann kann ich schief gehen. Das war mir klar. Ganz liebe Grüße von Binde. Mach's gut Junge. Hau rein. Ciao. Ja, cool. Binde, unfassbar geiler Typ. Also die Zeit mit ihm. Wir hatten ein Jahr zusammen, die U17. Und ich muss sagen, das hat wirklich gut gepasst. Ich habe von ihm auch sehr vieles mitnehmen können. Und den Spruch, bleib so wie ich bin, den kenne ich sehr, sehr gut. Wir waren auch zusammen in Dallas zehn Tage auf einem Zimmer. Und ich habe noch nie einen ordentlicheren Menschen gesehen als ihn. Aber wenn ihr den Koffer seht, wie er den Koffer packt, das habt ihr noch nie erlebt. Auf jeden Fall habe ich von ihm auch sehr vieles mitnehmen können. Weil einfach ein Mensch ist, der mit der Einstellung sehr vieles erreicht hat. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und mich freut es natürlich auch, dass wir da immer noch einen sehr, sehr guten Kontakt haben. Und deswegen immer schön, wenn ich ihn sehe. Und auch immer schön, wenn er so ein paar Worte verliert. Weil das einfach auch ein unfassbar guter Mensch ist, von dem ich sehr vieles mitnehmen konnte. Du hast Herrenmannschaften trainiert. Du hast Jugendmannschaften im Herrenbereich oder damals im Juniorenbereich trainiert. Und jetzt eine Damenmannschaft. Wie kann man das kurz beschreiben, was der Unterschied ist oder welche Gemeinsamkeiten es auch gibt? Ja, Gemeinsamkeiten sind auf jeden Fall die Inhalte. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Trainingsinhalt, auch taktisch, technisch, wie auch immer. Das ist eins zu eins identisch. Wir reden hier auch vom Profisport. Von daher mache ich da überhaupt keine Unterschiede und sollte man auch nicht machen. Weil die Mädels da sehr schnell lernen, sehr interessiert sind. Die sind natürlich auch anspruchsvoller, weil man da auch noch mehr erklären muss. Weil sie auch sehr, sehr viel nachfragen. Also sie wollen wissen, warum man das jetzt so machen soll. Mehr als vielleicht der eine oder andere? Ja, würde ich schon sagen. Das ist aber auch gut, weil du musst ja auch verstehen, warum du das machst. Und deswegen passt es auch zu meiner Philosophie. Weil ich sehr gerne auch die Mannschaften mitnehme und auch gegenseitig dann sich auch mal Fragen stelle. Warum machen wir das? Was spricht denn dafür, dass du das so machst? Von daher sind die Inhalte sehr gleich. Vom Aufbau, von den Analysen und alles Mögliche, von der Trainingsgestaltung. Alles identisch. Die Mannschaftsführung ist etwas unterschiedlich. Aber es ist ja klar, es ist im Leben ja auch so. Die Männer ticken nicht wie die Frauen. Genau. Und das muss man einfach wissen. Wenn der Junge eine gelungene Aktion hat im Spiel und fünf schlechte, wird er dann nachsagen, hast du die gelungene Aktion gesehen? Und beim Mädel ist es umgekehrt. Die macht fünf gute Aktionen, eine schlechte. Und dann sagst du, Mensch, war doch super. Und dann sagt sie, ja, aber die eine schlechte Aktion. Das heißt, sie sind sehr, sehr selbstkritisch. Und das sind so die Unterschiede. Ansonsten gibt es da überhaupt keine. Auch hier wieder Zentrum-Überzahl spielen. Ansonsten über die Außenbahn versuchen durchzubrechen mit entsprechenden Laufwegen auch im letzten Drittel. Tiefenläufe und so weiter und so fort. Wenn es nicht über die Außenbahn geht, wieder ins Zentrum rein. Probieren durch Zentrum oder mit einer Verlagerung. Du als Trainer-Typ. Jeder hat seine eigenen Prinzipien. Hoch- und Weit- und Sicherheit. Lieber 4-3 als 1-0. Wie würdest du dich denn als Trainer beschreiben? Was legst du denn Wert auf dem Spielfeld? Ich glaube, dass ich ein Trainer bin, der sehr mutigen Fußball fordert. Mit einem aktiven Fußball, mit einem sehr zielstrebigen Fußball. Und gegen den Ball, manchmal sagt man eklig, einfach einen aggressiven Fußball. Mir ist gut so. Lauft bitte gemeinsam zwei lockere Runden aus. Tor runter. Feierabend für heute. So, jetzt Feierabend. Jetzt fahren wir mal in ein griechisches Restaurant, wo ich auch sehr gerne bin. Ins Omonia auf der Eckenheimer Landstraße. Wir stärken uns mal ein bisschen mit ein paar Lammkoteletts, würde ich sagen. Oder ein bisschen Fisch. Es ist immer ganz angenehm nach so einem Tag, wenn man Zeit hat, sich einfach mal bedienen zu lassen. Und einfach mal was Leckeres zu essen in einem tollen Ambiente. Deswegen fahren wir da jetzt einfach mal hin. Ich zeige euch einfach mal, wo ich mich mal ab und an aufhalte. Das ist immer eine Sache, die tatsächlich immer wieder auch über den Frauenfußball vorurteile. Da wollte ich mich mal konfrontieren. Und du hast jetzt eine Möglichkeit, um die so ein bisschen auszuräumen. Deswegen würde ich die dir mal an den Kopf werfen. Frauenfußball ist langsam. Das ist falsch, weil ich jetzt aktuell auch immer wieder die Sprintwerte sehe. Die Mädels sind ziemlich schnell. Wir haben einige Spielerinnen um die 30 kmh. Und natürlich ist es im Vergleich zum Erstligafußball der Männer etwas langsamer. Aber das ist in anderen Sportarten ja natürlich auch so. Wenn die Nummer eins der Welt im Frauentennis gegen die Nummer eins der Welt im Männertennis spielt, wird es auch einen Unterschied geben. Aber langsam ist er auf keinen Fall. Da geht es gar nicht richtig zur Sache? Das ist auch nicht wahr. Gerade gestern im Spiel gegen die Jungs hat man gesehen, dass die Mädels da durchaus auch in der Lage sind, richtig auszuteilen. Es ist auf jeden Fall aber auch fairer. Muss man auch mal dazu sagen. Die Frauen haben keine Ahnung von Taktik? Da kann ich auch lachen. Also wenn man uns spielen sieht. Also ich kann mich jetzt in erster Linie auch auf uns beziehen. Der sieht da schon auch taktisches Spielverständnis. Und auch insgesamt ist der Frauenfußball in der heutigen Zeit schneller geworden und taktisch besser geworden. Von daher haben die Mädels auch von Taktik sehr wohl eine Ahnung. Ist das das größte Problem, dass man sozusagen den Frauenfußball nicht zugänglich macht für die Leute? Ja, wir haben jetzt zum Glück seit dieser Saison die Möglichkeit, beziehungsweise auch am Ende der letzten Saison durch Corona, hat der DFB jetzt die Strukturen geschaffen, gemeinsam mit dem Sender auch, dass alle Spiele zumindest übertragen werden. Das ist schon mal ein riesen Vorteil. Das heißt, du kannst heute jedes Spiel in der Bundesliga live sehen. Du kannst darüber hinaus auch in der Champions League die Frauen verfolgen über der Zone oder über den YouTube-Kanal, der frei empfangbar ist für alle in dieser Saison. Von daher hat sich da einiges getan und ich bin auch überzeugt davon, dass es in den nächsten Jahren noch besser wird. Wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, dass wir unseren Traum leben, nämlich wir wollen irgendwann, haben wir gesagt, international mit Eintracht Frankfurt spielen. Wollten in diesem Jahr weiterkommen als letztes Jahr, wollten näher an die Spitzenplätze kommen und jetzt sind wir mittendrin. Von daher haben wir uns jetzt auch vorgenommen, dass wir die Plätze attackieren. Wenn es dieses Jahr klappt, umso schöner, aber wir haben gesagt, dass wir in den nächsten Jahren das schaffen wollen. Je früher, desto besser. Wer wird denn als nächstes Deutscher Meister? Das Frauen- oder das Herren-Team? Ich hoffe, beide. Logischerweise. Es ist unheimlich schwer, so etwas zu sagen, aber die Männer haben es natürlich noch mal schwerer, weil Bayern München nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch europäisch eine absolute Macht auf sie zugeht. Von daher wäre ich froh, wenn es einer von beiden schaffen wird und gerne können es auch die Männer sein. Wir werden alles tun, dass wir es irgendwann mal schaffen, aber ich glaube, das sind Dinge, die noch ein bisschen weg sind, weil wir in beiden Bereichen, glaube ich, in den letzten Jahren gut gearbeitet haben und näher an die Spitzenplätze gekommen sind. Und da können wir uns jetzt erst mal freuen, so nah dran zu sein und die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Und wie gesagt, im Idealfall können wir irgendwann mal beide einen Titel im Römer feiern. So, liebe Eintracht-Familie, ich hoffe, ich konnte euch jetzt Eindrücke geben durch die Zeitreise meines Lebens bis heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen, vor allem live. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Schönen Abend. Jammer's. Schönen Abend.